Sex ist ja bekanntlich die schönste Nebensache der Welt, deswegen heute bei So geht das Sex-Hacks, die dein Sexleben verbessern. Die Socken im Bett anbehalten, das ist ein modisches No-Go, hilft aber leichter zum Orgasmus zu kommen. Der Grund dafür ist, dass man sich mit Socken warm und geborgener fühlt und sich wohlzufühlen ist ja immer das Wichtigste beim Sex. Während des Sex kann es ja immer mal wieder sein, dass etwas weit in deinen Rachen eindringt, zum Beispiel wenn du bei einer Pause eine Banane essen möchtest. Um den dabei auftretenden Würgereflex zu unterbinden, balle deine Faust um deinen Daumen. Das aktiviert einen Druckpunkt, der deinen Würgereflex unterbindet und schon kannst du dir alles in den Hals schieben, was du willst. Wenn du Probleme hast, eine Erektion zu bekommen oder nicht wirklich feucht wirst, dann bist du eventuell einfach dehydriert. Vor dem Sex solltest du viel Wasser zu dir nehmen, das ist das beste Gleitmittel für deinen Körper. Da Sex auch körperlich anstrengend ist, kann es sowieso nicht schaden, wenn man genügend Wasser im Körper hat. Ach und Finger weg von Alkohol und Kaffee, das dehydriert nämlich nur noch mehr. Das wichtigste Organ beim Sex ist übrigens dein Gehirn. Ob du erregt bist und wie intensiv du etwas wahrnimmst, entscheidet dein Gehirn. Also konzentriert euch nicht zu sehr auf den Körper, sondern beachtet auch die Psyche. Eine starke Beckenbodenmuskulatur führt dazu, dass Frauen schneller und intensiver kommen und Männer nicht zu schnell ejakulieren. Am einfachsten kannst du den Beckenboden trainieren, wenn du beim Pinkeln zwischendurch aufhörst und dann wieder weitermachst. Doch es gibt auch andere Techniken dazu. Google einfach mal. Sex ist Sport. Daher, je sportlicher und fitter du bist, desto länger hältst du durch und desto mehr Spaß hast du. Doch auch direkt vor dem Sex kann es sinnvoll sein, einen Workout zu machen. Danach bist du leichter zu erregen, weil dein Körper besser durchblutet ist. Zu fünf super spannenden Körperhacks kommst du, wenn du auf das i klickst. Ansonsten viel Spaß beim Sex. Jetzt hör doch mal auf mit deinem Scheiß-Sport und komm ins Bett. Ich will mit dir schlafen. Sonst mehr ist nicht näher. Es ist ein Korstopisches. Er 용er. Es ist ein rivers Tôi. Es ist ein Lebens Îles IP結onto.